Das Renteneintrittsalter soll weiter steigen, wenn es nach den Bundesbanklern geht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater. Vorne Rentenbescheid24, wieder mal so ein ganz toller Vorschlag. Und zwar kommt er jetzt von der Deutschen Bundesbank, deren Leute haben jetzt vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter soll ab 2031 dann an die Lebenserwartung geknüpft werden. Das heißt also, es soll deutlich steigen. Das wäre wohl das probate Mittel, um die Finanzierung der gesetzlichen Altersrente sicherzustellen. Meine Damen und Herren, wir wissen doch alle, dass in der Deutschen Bundesbank viele Menschen arbeiten oder viele Leute arbeiten, die dort Pensionen erhalten werden. Das heißt also, die werden von diesem Vorschlag gar nicht betroffen sein. Das zum einen, ich würde da gar kein Hate machen draus, aber letzten Endes ist das überhaupt gar kein guter Vorschlag, denn eine Erhöhung des Renteneintrittsalters bedeutet für die meisten von uns nämlich eine effektive Rentenkürzung. Denn wir wissen ja, dass viele von Ihnen und von uns früher und vorzeitig in Rente gehen. Und wenn die nicht die 45 Jahre voll haben, dann kassieren die sozusagen für jeden Monat früheren Rentenbeginn knallharte Abschläge. Und die würden dann bei der Erhöhung des Renteneintrittsalters, wie von der Bundesbank vorgeschlagen, dann auf jeden Fall zu deutlich höheren Rentenkürzungen führen. Das ist mit mir, Peter Knöppel, nicht mitzumachen. Im Übrigen auch Hubertus Heil von der SPD hat klipp und klar gesagt, dass es eine Anhebung des Renteneintrittsalters über 67 Jahre mit der SPD nicht gibt. Und deshalb ist das ein ganz schlechter Vorschlag. Die Bundesbankler sollten sich einfach was Besseres einfallen lassen, nämlich zum Beispiel die Einführung einer erwerbstätigen Versicherung. Meine Damen und Herren, diskutieren Sie mit. Ist das in Ordnung, dass wir das Renteneintrittsalter weiter erhöhen, also schuften bis zum Tod? Oder aber soll es so weiterbleiben bis zum 67. Lebensjahr, was ja aus meiner Sicht schon völlig ausreichend ist? Ich freue mich auf Ihre Reaktionen, auf Ihre Kommentare. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und ist es gesagt, es war sehr glücklich.